Liebe Frühbühler und Schwestern, die Herrlichkeit Christi ist heute erschienen. Immer fort leuchtet sie unter uns auf, bis der Menschensohn die wiederkommt. Nach dem Fest seiner Geburt und seiner Verscheidung schauen wir aus nach den preiöserlichen Tagen, den Feiern seiner Kreuzigung, seiner Ruhe im Graben und seiner Aufmerksamkeit von den Toten. So bündigen wir euch, als erstes das Fest aller Feste an, die Ostersonntag am 16. Knappel dieses Jahres. Jugend feiern wir den Tag, den Gott gemacht und rühmen die Auferstehung unseres Erlöses. Damit auch wir mit ihm auferstehen, beginn wir vierzig Tage in den österreichischen Fokuszahlen. Sie beginnt am ersten März dieses Jahres mit der Feier des Ascherminibels. Dann schenkt uns der Herr die fünfzig Tage der Ostersonntag am 25. Mai das Fest seiner Himmelfahrt. Und am 4. Juni das hohe Pfingstheft, an dem der Heilige Geist herracht kam, herracht kam auch seine Jünger. Am 15. Juni feiern wir von Aschmer das Hochfest des Leibes und Gute des Ries. Die Kircherchen bereiten sich vor auf das Kommen ihres Herrn und beginnt den 1. und 3. Dezember. und einigeritionales harborijer. Am 15. Juni seien wir von Aschmerath mit Jünger. Am 15. Juni die Kircherchen-Gesung 48. Am 15. Juni waren wir von Aschmerath mit Jüngern. Am 16. Juni arbeiten sie am 15. Juni werden mit Kinder�� und Guy unlocken die Kircher. Am 15. Juni nur in 7. Juni, wenn man eigentlich eine Kircherchenbund und Pre pneus. Amen.